Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Jubiläumsjahr von GOP Naturaplan wollten auch unsere Kollegen von Bau&Hobby nicht zurückstehen und offerieren ihnen die Holzkohle zum Grillieren nur noch aus kontrollierter, nachhaltiger Waldwirtschaft. Das Holz stammt zu 100% aus Wäldern, die nach den Vorgaben des FSC bewirtschaftet und genutzt werden. Das gilt sowohl für die gewohnte Holzkohle, wie sie die meisten kennen, wie auch für die Brücke, die sich dann anbieten, wenn die Glut besonders heiss sein muss und möglichst lang anheben sollte. Wie sich die Anschaffung eines Grillen nach den individuellen Bedürfnissen richtet, kann man sich im GOP, Bau&Hobby gut rumschauen und ein passendes Modell aussuchen. Die Auswahl ist gross und man findet fast alles. Von der einfachen Feuerstelle über das praktische Grundmodell, verschiedenen Kugelengrill und komfortablen Gasgrill in verschiedenen Preislagen bis zum professionellen Grill mit viel Komfort. Viel Komfort bietet zum Beispiel dieser Grill hier. Der Holzkohlegrill Azzurro mit Gasanzünder von Campinggas. Bei diesem Modell lässt sich die Holzkohle per Gasanzünder bequem in Brand stecken, und ein batteriebetriebener Föhn sorgt für gezielte Luftzufuhr. Man muss also nicht blosen oder sich sonst um die Glut kümmern. Den Azzurro kann man übrigens leicht verstellen und entweder über oder neben der Glut grillieren. Kugelengrill sind sehr beliebt, weil man direkt über der Glut oder indirekt grillieren kann oder barbecuen, wie der Spezialist dem sagt. Der Holzkohlegrill-Outdoor-Chef ist schon fast etwas für Profis gedacht, mit Thermometer, Lüftungsschieber, einem Behälter für die Asche und praktische Abstellflächen. Ein Profi darf ich jetzt bei uns begrüssen. Es ist Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstag. Salut Pascal! Grüezi miteinander! Armin, wenn man vom Trinieren redet, dann denkt man zuerst an Fleisch, Flügel oder Fisch. Das ist aber nicht alles. Richtig, auch Gemüse und Früchte lassen sich auf dieser heissen Glut köstlich zubereiten. Besonders gut eignen sich Tomaten, Maiskolben, Peperoni, Oberscheine und Zucchetti. Natürlich auch Folienhärtöpfel oder die extra grossen Champignons, die man dann leicht mariniert, als Vorspies oder als Beilage geniessen kann. Ein Kugelengrill, wir haben es vorhin schon erwähnt, eignet sich auch für das indirekte Grillieren. Was hat das für Vorteile? Beim indirekten Grillieren arbeitet man mit weniger Hitze. Das Fleisch gärt ganz langsam und bleibt dadurch besonders zart und es trocknet nicht aus. Das heisst aber nicht, dass man es vor dem Grillieren nicht marinieren darf. Zum Beispiel so. Scherriessig oder anderen Essig. Groben Pfeffer, Dijosenf, gehackte Schalotte, Pflanzenöl, gehackten Knoblauch und frische Kräutchen wie Peterli, Basilikum, Thymian und Estragon verrühren. Dann Kalbfleisch, Geflügel, Schweine oder Lamm damit auf allen Seiten gut einstreichen und vor dem Grillieren 2-3 Stunden marinieren lassen. Danke Armin. Das hat Spass gemacht, gerne geschehen. Auch Fisch vom Grill ist köstlich und darum zunehmend beliebter. Besonders einfach macht es uns Coop mit den fertig marinierten Spiesschen, den Filets oder den ganzen Fisch aus dem grossen Angebot. Lustig geworden aufs Grillieren? Von morgen bis am Samstag finden in vielen Coop, Bau und Hobby Grill-Events statt. Ihre Fragen können Sie dort den Fachleuten selber stellen und dabei herausfinden, welcher Grill für Sie der richtige wäre. Das war es für heute. In einer Woche erfahren Sie bei uns, wie man das Gemüse möglichst schonend und sogar mit Ökostrom von Coop zubereiten kann. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Danke. Danke.